Also ich mache das, was ich mache, wirklich viel gern, viel aus dem Herzen raus und freue mich wirklich jeden Tag aufs Neue, auch wenn ich die Kinder sehe. Es ist einfach so schön, wenn sie in den Kindergarten kommen, wie sie ihn gleich auch genauso freudig begrüßen. Das Schönste ist einfach, die Zeit mit den Kindern zu verbringen und dann, wie es jetzt wieder ist, gerade am Ende des Kindergartenjahres und die Schulanfänger gehen weg und dann denke ich mir, wow. Und wenn man sieht, wie sich die Kinder entwickeln und was sich alles tut bei den Kindern, dann denke ich mir einfach, das Schönste für mich, da dabei zu sein. Die Kinder zu unterstützen, die auch bei ihrer Entwicklung, das ist einfach das Schönste dann. Ich denke einfach mehr Wertschätzung, einfach mehr Wertschätzung der Politik uns gegenüber. Die wollen, dass wir eigentlich auch Bildungseinrichtungen sind, aber uns den Rahmen gar nicht geben. Die warten, dass wir einfach wie, dass wir mit 20 Kindern oder mit 23 oder 25 Kindern in der Gruppe, mit zwei Erwachsenen, positive Bildungsarbeit leisten, ist halt ziemlich schwierig, sage ich jetzt einmal. Und da sind einfach viele Jungen oder viele Kollegen oft dann überfordert. Meine Kolleginnen und Kollegen in den Kinderbildungseinrichtungen, also da würde ich jetzt sagen, da ist so ziemlich die Luft heraus. Was ich bei den Einrichtungsbesuchen ja immer zum Herrn kriege, sie haben so das Gefühl, sie werden den Kindern gar nicht mehr gerecht. Aufgrund der großen Gruppengröße. Ja, also die Gruppengröße, die ist schon sehr herausfordernd, dass ja sehr wohl Bildungsarbeit geleistet wird, auf die man natürlich besser eingehen kann, wenn die Gruppenanzahl niedriger ist, weil dann auch die Teilgruppe zum Beispiel ja noch einmal kleiner wäre dann. Um Männer zu überzeugen, in den Job zu gehen, muss man glaube ich vor allem an der Gehalt schrauben und aber auch die Möglichkeit bieten, dass man sich weiterqualifizieren kann. Also dass man nicht Hörfer bleibt, sondern dass man einmal Pädagoge werden kann und da vielleicht neue Ausbildungsformen findet, dass man einen Beruf richtig berufsbegleitend machen kann, wo man aber trotz dem verdient wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.